respektlos marcel davis wirft money marcel davis kommt zu dir prügelt die scheiße raus und du bist zufrieden mit den 1 und 1 kundenvertrag aus denen ich mal rauskomme die wollten auch meine seele haben meine zweite niere auch aber sonst also bitte das video soll niemanden beleidigen und dient nur zur unterhaltung aber wisst ihr das wenn das gesagt wird das video soll niemand beleidigen ich fühle mich sofort angesprochen und ich fühle mich so fort beleidigt kenne die schilde wo steht bitte nie auf dem rasen kacken wenn ich sowas sehe das triggert mich so sehr dass ich absichtlich ich sonst kacke ich nie auf dem rasen aber da wo die schilder stehen bitte nicht auf dem rasen kann da mache ich das weil das triggert mich einfach ja ist einfach so ich hab sie aber schon unter kontrolle oder hallo ein baby fraulein ich weiß ich bin der geilste typ hier okay dann gehen wir zu einem ernsteren thema denn ich habe ein bisschen mit diesem girl geflirtet diese lisa da und ein bisschen so auf dieser assi schiene und dann wundert dann wundern ich würde jetzt mich würde jetzt mal interessieren wieder flirte mit lowkriegel waren also wie intim wie wie in ja wie ein team die noch gekommen sind also wie ich will halt wissen wie geht seiner rechten hand alle dass ich mit seiner freunde von dem zuschauer flirte das ist nichts worüber ich mich wundern würde so schätze ich mich halt ja passiert halt mit seiner freunde von dem zuschauer flirte kann ja mal passieren dass man mal ganz außersehen mit einer freunde von zuschauer flirtet kann ja mal passieren mein gott ne passiert halt ne aber ihr vorsau horizon 5 ist gedownloadet ne können wir jetzt zocken ja ja diese lisa da ja keine ahnung genauso wie 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 außerdem keine steuern bezahlen passiert halt ne apowett ne der der wollte das nicht tun also das ist passiert ne mein gott was sind schon steuern so nix so ultra schlimm dass man jetzt irgendwie wirklich da ein baby werfen muss oder monte haten muss deswegen ist mir auch egal aber ich hätte einfach die reife besitzen müssen zu sagen hey mädel ich kann mir vorstellen dass dass du mit einem von der palme wedeln willst oder dass du mit einem wanken willst oder dass du mit einem wichsen willst ja weil tabinus sagt immer so sagen dass wie die veganer ein von der palme wedeln ja fleisch es so sorgen netflix und chill aber es kommt bei uns nie zum chillen ob ich aber zum netflix noch ein baby okay also ich sage euch folgendes ich habe ein bisschen mit diesem girl geflirtet diese lisa da und dadurch kam dann irgendwann der hashtag in ihren chat free sabine ich hätte einfach die reife besitzen müssen zu sagen hey mädel blablabla guck mal da vorne sitzt dein papa und willst du dich lieber neben den setzen dass man irgendwie tauschen irgendwie sowas um die situation zu schärfen oder sich einfach neben papa zu setzen ich fand es auch nicht korrekt ich finde es von diese lisa da nicht korrekt hier wir sind eine limousine dies das also es war eine richtig unangenehme situation so ich finde es nicht ultra schlimm ja ich hätte da auch mit klaren scharf rangehen können ich hätte da auch keine so unangenehme situation wenn wenn ihr damals clean board und ihr habt mit euren eltern horrorfilm geguckt habe ich so mit sechs jahren gemacht da habe ich auch meine erste geraucht also ich habe relativ früh angefangen ja aber so eine andere story und da kam dann so komischer wie nennen das die leute sex ja irgendwie so das gechillte halt ne und man sitzt dann so da und denkst du so hey mama na das ist jetzt so eine szene die müsste ich alleine gucken die müsste ich alleine irgendwie also das ist jetzt kurz zu unangenehm du das habe ich dann immer gerade bei so einer szene ist ein trick von mir habe ich das damals immer so gemacht hier persönlich mutti ich habe eine fünf oder eine sechs und das war dann meiner mutti egal weil die lieber die die situation die panische situation aufhalten wollte klappt immer versprochen hey mädel ich weiß ich bin der geilste typ hier in der limo wedeln mit einem von der palme deswegen finde ich die aktion nicht korrekt aber ich finde es auch kein ultra ich kann mir vorstellen dass diese lisa da gibt ein kind möchte aber ich möchte kein kind ich persönlich sag mal so ich finde kinder auch ich will nicht so negativ wirken ich habe aber die sache ich habe eine ausbildung zum kinder wix gemacht ich habe mit kindern gearbeitet mit jugendlichen mit jugendlichen mit kindern mit lisa mit sabinus die wird direkt noch ein baby also okay mit kindern okay aber mit jugendlichen ich würde ich würde als wenn ich heutzutage ein lehrer wäre ne holla die waldväter wird aber hier so einige strafen wieder geben man könnte zum beispiel in die ecke stellen da mal gucken so und dann könnte man in die ecke vielleicht die eiserne jungfrau noch stellen und dann den schüler der vielleicht ein bisschen eskaliert ist in die eiserne jungfrau rein übrigens das war das wäre dann der erste echte todesfall mit der eiserne jungfrau ich wäre ein guter lehrer ich wäre wirklich heutzutage ne super also ich hätte puls ich hätte richtig puls ich würde ich würde glaube zwei tage später herzinfarkt ne einfach sterben okay also ich sage euch folgendes elektro schockst das ist übrigens mein haufen ich habe ich habe gesagt immer das provoziert mich einfach wenn irgendwo ein schild steht bitte nicht kacken so das provoziert es triggert mich einfach ich muss dann dahin kacken das ist hypotheidemiskrankheit das ist einfach die psychikrankheit die ich gerade erfunden habe die gibt es nie aber die habe ich und ja ich nicht geht einfach nicht mich provozieren ja auch allgemein auch menschen also auch immer so ganz schwierig ganz 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 schwierig ich fand eigentlich corona zeit gar nicht so schlecht du hast ganz wenige kontakte war eigentlich voll schön aber ja ich hoffe euch hat es gefallen guckt unbedingt so genau ein video an lasst liebe da lasst kommentare da lasst whatsapp da und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video tschüss haut rein und tschüss prächtige 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 Untertitelung des ZDF, 2020